Wie auch immer, danke Herr Präsident. Liebe Ilka Ratzevill, ich frage Sie, ist Ihnen in irgendeiner Art und Weise ein Dokument bekannt, in dem der Senat, die von uns seit mindestens drei Monaten, seit wir seit der Sommerpause das Flüchtlingsthema hier diskutieren, wo der Senat transparent nachgewiesen hätte, welche Flächen, welche Büroflächen, welche Immobilien im Landes- oder im Bundesbesitz oder möglicherweise im Privatbesitz frei sind und besetzt werden könnten? Ist eine solche geprüfte Unterlage Ihnen bekannt? Solange das nicht bekannt ist und uns ist hier im Hause nichts dergleichen vorgelegt worden, obwohl wir es in drei Debatten hier immer wieder eingefordert haben, Solange das nicht bekannt ist, gibt es keine wirkliche Begründung dafür, dass das Tempelhofer-Feld alternativlos ist in dieser Frage. Und die einfache behauptung des Senators hier, die einfache wortreiche Behauptung des Senators hier, ohne einen Beleg dafür zu bringen, ist einfach unangemessen, wenn es hier heute darum geht, ein Volksgesetz zu ändern. Und liebe, oh, da ist auch Ihr Stift noch runtergefallen, den Sie hier vergessen haben, liebe Frau Kollegin Radziwill, Sie wissen ganz genau, und das ist einigermaßen unanständig, uns vorzuwerfen, dass wir dieses Thema auf dem Rücken der Flüchtlinge austragen wollten. Sie wissen ganz genau, dass wir seit Jahr und Tag, im Übrigen auch mal gemeinsam, Frau Radziwill, sehr engagiert waren in der Flüchtlingsunterbringungsfrage und in der Frage dessen, was Ihr regierender Bürgermeister in der letzten Regierungserklärung als politische Linie ausgegeben hat. Und es ist auch einfach unverantwortlich, immer weiter zu sagen, solche weitreichenden Eingriffe seien alternativlos, wenn die anderen Sachen nicht geprüft sind, weil es führt weiter zu Überforderungs- und Krisenrhetorik, zu Sachen, die, oh weia, nur unter ganz drastischen und dramatischen Maßnahmen zu stemmen sind. Machen Sie das nicht mit. Gehen Sie einfach an Ihre Arbeit. Arbeiten Sie das ab, was geht. Und danach, danach können wir reden, ob noch so drastische und dramatische Maßnahmen notwendig sind. Bisher haben Sie nicht den Nachweis erbracht, dass sie notwendig sind. Deshalb bitte ich Sie, führen Sie Debatten, wie das Tempelhof verfällt, eben nicht auf dem Rücken der Flüchtlinge, indem Sie hier etwas beantragen, was Sie nicht nachgewiesen haben, dass Sie es wirklich benötigen. Frau Kollegin Ratzewil, Sie haben die Möglichkeit, zu antworten. Bitte sehr. Lieber Udo Wolf, ich weiß, wir gemeinsam kämpfen im Interesse der Menschen, die geflüchtet sind, die Hilfe und Schutz bei uns suchen. Und genau das, was Sie hier so lautstark und energisch eingefordert haben, habe ich eigentlich in meiner Rede auch dargestellt. Ich zitiere mich gerne selber. Dabei ist uns wichtig, dass die zuständigen Senatoren alle Möglichkeiten, alle infrage kommenden Liegenschaften in allen Bezirken und in allen Wahlkreisen überprüfen. Das bedeutet ja auch, dass wir uns genau in den Ausschüssen anschauen wollen, welche Möglichkeiten sind bisher geprüft, welche werden noch geprüft. Und es geht sicherlich auch um Listen. Ich bitte aber, hier mit einer Offenheit in die Debatte reinzugehen. Und es ist auch meine Aussage, dass es eine Wahlkampfrede war, ging in Richtung Herrn Lederer. Und seine Rede fand ich schon sehr populär an der Stelle, populistisch. Vielen Dank.